Eine Pforte. Ja, hier mit den Mädels, guck mal her. Vorher nachher. Allein ein Handy mit dem Krankenwagen. Jeden Tag eine Krankenwagen. Warte mal, damit es besser aussieht. Wir sind noch drei abgesehen zum Jonglieren. Wolltest du mit Helm fahren oder ohne? Willst du auf die zehn Minuten sein? Wie, der muss den großen Helm auf? Doch, er darf absteigen zwischen. Oh, du bist aber groß. Ja, ich wende dich. Sie ist doch schon fast gekommen. Er muss ja alleine wieder aufsteigen. Eine Minute schon um, Christoph. Die Zeit läuft bloß, wenn ich das erste Mal draufsehe. Ach so, Christoph, was schaffst du? Oh, er trifft jetzt hier nicht. Hast du auch irgendwie die Gang eingelegt? Mach den Vorwärtsgang rein, nicht den Rückkehr. Kann nur vor, ja. Entschuldigung. Oh, hey, 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 hey! Übermut tut Helm gut. Kann sich mal einer da, wenn da ein Auto kommt oder so? Hast du eine Wette verloren? Nee, Mann hat eine Wette. Er gewinnt die Gerade. Wie vielmehr darfst du denn absetzen? Boah, ich gucke mir die Ohren eigentlich. Ja, ja, sehr gut. Valentin! Ja, gut, das sieht gut aus. Das wird. Ja, das ist auch klar. Nur einmal abgenommen. Wir sind zu langsam, verdammt, der ist zu schnell. Ja, der sieht auch gut aus. Ja, aber von einem Monat sah das noch anders aus. Alter, echt so ein bisschen Ehrgeiz entwickelt. Er hat aber auch Tipps gekriegt von unseren Nachbarn und so. Ja, ich habe mir aber auch gedacht, dass er es schafft. So als Sportler und Fußballer hat er ja Ehrgeiz. Oh, rechts steht ein Auto. Nicht, dass ich. Ja, nee, wir müssen die Wette laufen lassen hier. Ja, das bringt ihn nicht. Obwohl, ihr könnt noch mal umfahren vorher. Hat noch ein Meter viel. Nadine, da kommt ein Auto. Boah. Er hat's geschafft.